Musik Damit begrüße ich Sie recht herzlich bei WMZ-TV. In den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi hat das Klinikum Niederlausitz erste Angebote unterbreitet. Demnach könnte es für einige Berufsgruppen im Pflegebereich deutliche Verbesserungen geben. Das Angebot des Klinikums liege teilweise über den Forderungen von Verdi, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch für die Auszubildenden gäbe es ein Angebot, das deutlich über den Forderungen der Gewerkschaft liegt. Die nächste Verhandlungsrunde gibt es am 21. März. Lauchhammer investiert in Schulen und Kindergärten. So erhielten mehrere Fenster in der Gartenschule und in der Kita Benjamin Blümchen jetzt Sonnenschutzanlagen. Investiert wurden dafür rund 40.000 Euro. Seit 2013 stellte die Stadt für die Einrichtungen ca. 2,4 Millionen Euro zur Verfügung. Zu den größten Investitionen gehörten unter anderem rund 200 neue Fenster in der Oberschule am Wählenteich, sowie die denkmalgerechte Aufarbeitung von Holzfenstern in der Waldschule. Am vergangenen Wochenende zog es wieder zahlreiche Besucher zur 27. Leistungsschau von Handwerk und Gewerbe in Großregen. Gastgeber im Gewerbegebiet am Rechnerlaug waren das Autohaus Hannuschka, das Möbelzentrum, Automobiler Rauhut und die Lausitzkarosse. Besucher erhielten unter anderem Anregungen für Tür- und Treppenmodernisierungen, Ausflugstipps ins Seenland oder Beratungen über moderne Haustechnik. Aktuelle Frisurentrends, viele Kreativangebote und frische Frühlingsblumen rundeten das Angebot ab. Alle Hobbykapitäne müssen sich in diesem Jahr auf neue Sperrgebiete auf dem Senftenberger See einstellen. Betroffen ist der Bereich um die Insel im See. Vor allem im Norden seien weitere Untiefen entstanden. Deshalb wird die mit Bojen gekennzeichnete Sperrfläche rund um die Insel vergrößert. Die LMBV plant jetzt Sanierungsarbeiten in diesem Bereich. Ob die Sperrung auf das Jahr 2019 ausgedehnt wird, entscheiden die Behörden Ende 2018. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz lädt Schülerinnen und Schüler zum Zukunftstag Brandenburg ein. Am 26. April können sich Mädchen und Jungen in Senftenberg und Karlau über die Aufgabengebiete einer Kreisverwaltung informieren. Parallel dazu erfahren sie mehr über die Ausbildungsberufe und das duale Studium. Anmeldungen sind bis Mitte April möglich unter zukunftstagbrandenburg.de oder unter 03573 870 13 28. Der Zukunftstag Brandenburg richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10. Klassen. An diesem Freitag gibt es im Seekampus Niederlausitz das diesjährige Preisträgerkonzert zum Regionalwettbewerb Jugend musiziert. Ab 19 Uhr präsentieren sich in der Aula unter anderem ein Streicher-Sechstet, ein Klavier-Duo und ein Schlagzeug-Ensemble. Karten erhalten sie in der Campus-Bibliothek. Das Einwohnermeldeamt in Senftenberg hat bis Ende März veränderte Öffnungszeiten. Aus organisatorischen Gründen entfallen die Sprechzeiten mittwochs und freitags. Die Sprechzeiten dienstags und donnerstags werden wie gewohnt durchgeführt. Weil er nicht schlafen konnte, hat ein Mann aus Klettwitz einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der 67-Jährige kam Montagnacht gegen 2 Uhr auf die Idee, in seinem Garten Rasenschnitt zu verbrennen. Wegen der starken Rauchentwicklung fuhren über zwei Dutzend Feuerwehrleute in mehreren Einsatzfahrzeugen in die Annerhütter Straße. Schäden entstanden durch die nächtliche Aktion? Keine. Das war Seenland Aktuell, liebe Zuschauer. Und in den kommenden Minuten machen wir Abstecher an die neue Bühne hier in Senftenberg. Dort gab es am Wochenende eine weitere Premiere. Und wir möchten Sie einladen ins Konrad-Zuse Medienzentrum der BTU. Dort dreht sich am kommenden Sonnabend alles um Ihre Gesundheit. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.